Was geht? Nix. Und, weißt du noch, wie man die Kassetten hier rausholt? Ja. Teste mal, komm. Wie geht das? Wie ging das nochmal? Ich glaube so. Mach mal. Ja, sehr cool. Und weißt du auch, wie man den Kofferraum aufmacht? Ne. Weißt du, wie man den Kofferraum aufmacht? Hinten meine ich, den Kofferraum. Ja, weiß ich. Zeig mal. Nein, hier geht das nicht. Per Knopf geht das nicht. Geh und steig mal aus und zeig mal, wie man den Kofferraum aufmacht. Okay. Du hast ihn wieder zurückgeholt. Ja. Und? Bist du happy? Ja. Wie happy bist du? Zeig mal. So happy, okay. Ja, krass. Ist ja gut, dass du weißt, wie man den Kofferraum aufmacht. Komm, high five. Hast du dir verdient, okay? Guck mal, das ist sogar die slim Version. Siehst du? Die kleine Version. Freust du dich wirklich? Ja. Okay. Okay, komm. Check. Okay.